Deutsch lernen durch Hören Der Karnevalsumzug Paul und Marie haben heute viel zu tun. Sie haben vor, an einem Karnevalsumzug teilzunehmen, dafür müssen sie noch ihre Kostüme basteln. Paul hat sich für ein Drachenkostüm entschieden und Marie verkleidet sich als Hexe. Paul nutzt grüne Pappe, um die Flügel für seinen Drachen zu bauen. Dann setzt er die Drachenmaske auf. Marie hat ein altes Bettlaken gefunden. Daraus kann man gut einen Umhang für das Hexenkostüm bauen. Du brauchst noch einen Besen, sagt Paul zu Marie. Marie nickt. Und ich nehme noch diesen Hut mit. Endlich sind die beiden Kostüme fertig. Nun machen sich Paul und Marie auf den Weg zum Karnevalsumzug. Wow, dort sind viele Leute. Es gibt ganz viele geschmückte Wagen, die Musik spielen. Von den Wagen werfen Leute Süßigkeiten zu den Zuschauern. Paul sammelt viele Bonbons ein. Zusammen mit den anderen Teilnehmern ziehen Marie und Paul durch die Stadt. Ein anderer Zuschauer lobt Marie für ihr tolles Kostüm. Sie freut sich und bedankt sich bei ihm. Auch andere Menschen haben sich verkleidet. Paul entdeckt einen Gorilla, einen Superhelden und eine Fee. Nach zwei Stunden ist der Umzug vorbei. Paul und Marie machen sich auf den Heimweg. Es war ein sehr schöner Tag. Beide haben viele Freunde getroffen. Nächstes Jahr wollen die beiden wieder teilnehmen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Sie können es kaum erwarten. Diese Sendung wurde live, mit youtube. Auch masterpiece. Von der Beide in den Weimweg. Warum? Wenn Sie auch Hallo!